Wir haben ein interessantes Programm zusammengestellt. Es geht primär darum, mal zu verstehen, wie eine Fluggesellschaft das eigene Netzwerk, den Flugplan, erstellt, um selbstverständlich damit kommerziell gute Erträge zu erzielen. Nachher werden wir das ein bisschen genauer anschauen, wie geht das mit Revenue Management. Viele ahnen es immer, wann ist welcher Preis verfügbar. Das lernen wir kennen. Und schließlich als Höhepunkt natürlich mit dem Referat von unserem COO. Alle kommerziellen Grundlagen sind gegeben, aber wir haben politische Rahmenbedingungen, denen wir ausgesetzt sind. Und das, denke ich, gibt einen spannenden Abschluss, die beiden Seiten zu verstehen.